So jetzt sind wir bei einem anderen Spiel. Mein Name ist Hash2Dash und ich habe mir überlegt noch einmal The Walking Dead zu spielen. Ein Point and Click Adventure von den Telltale Games. Die haben auch Sam und Max gemacht und ja, deutschen Untertiteln. Ich habe es schon mal komplett durchgespielt in Englisch und ja, da die zweite Staffel jetzt auch komplett abgeschlossen ist, habe ich mir gedacht, spielen wir doch nochmal die erste komplett durch. 5 Episoden, ungefähr 5 Stunden pro Episode oder ein bisschen weniger 4 Stunden, 4-5 Stunden, also 20 Stunden. 23 Euro im Steam Store und wir starten ein neues Spiel. Episode 1, ein neuer Tag. Los geht's. Sehr düstere Stimmung. Diese Spielreihe passt sich den von der getroffenen Entscheidung an. Die Handlung richtet sich nach deiner Spielweise. Okay, das ist schon mal gut. von Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. The Walking Dead. Okay. Das ist von einem Roman. Also, die Handlung ist so aus einem Roman, habe ich jetzt nicht gelesen oder so. Ich weiß nicht, ich lese es halt, weiß ich nicht. Wikipedia. Bei Google. Autor, Sharon Benjamin. Das ist die Hauptfigur. Design und Resü. Ja, okay. Direktor. Und so weiter. Wie ein Film halt, ne? Das sollte halt ein spielbarer Film sein. Haben schon viele versucht. Die Grafik gefällt mir auch sehr gut. Dies ist Hellshaking. So, jetzt kann man hier schon die erste Auswahlmöglichkeiten. Du hast nur begrenzte Zeit, um eine Wahl zu treffen. Okay. Du weißt, was man so über die, die, was. Und dann spielt das wirklich eine Rolle. Schweigen ist eine legitime Option. Okay. Okay, dann schweigen wir mal. Was interessiert dich das denn? Ich rede oder nicht. Ziele jetzt aus dem Rückweg. Oh. Wurde jemand von einem Tier gewissen. Man hat mal auf einem Tier in diesem Gebiet achten. Okay. Okay. Ich habe in diesem Gebiet achten, was ichhanne... Draht doch ein paar lodge nhiều. Oh! Und dann stellte du dich die Fl lied. Ich verdiene mich immer so schwer es nichtuse. Ich habe auch deve Otwической Beesehen. Was ist denn da von mir? Ich bin da noch 6 Jahre alt. So lange? Oh, macht er denn noch nichts? Nein. Was ist denn da von mir, ey? Was ist denn da von mir, ey? Was ist denn da von mir, ey? Was ist denn da von mir? 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 Der Ruf schaue aber auch. Das kann ich nicht, wenn ich das bei uns hier sage. Was ist denn da von mir? Was ist denn da von mir? All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you drive yourself crazy. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella. Big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. He just bailing back there. Said he wasn't him. Crying and snotting all over. Right where you sit. Oh. Macht einfach das Rang aus. Before long he starts kicking the back of the seat. Like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's gotta stop. That's government property. And I'll be forced to attack him otherwise. So he stops and haven't exhausted all his options. He starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Ah, the character. Also the faces are really good. Maybe he was innocent. Hennison. They cut the fucker in the head. Stabbing his wife. Cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. Then he actually believed in himself. He goes to show. People will up and go mad when they believe their life is over. I got another problem for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious. Whoa. Whoa. That is hard. Cuss. 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 I play with a 360 controller. And you can see the first Walkers. I was just saying. Some zombies. Cuss. The Eros are even Walkers. Und da ist der Lee. Boah, Blut, Hamstein, Durst, Zombies, Bein kaputt, boah alles. Scheiße, wie komm ich jetzt da raus? Okay, verwende den rechten Stick um nicht umzuschauen und einen Weg aus dem Auto zu finden. Okay, kann ich Polizist, Officer? Was haben wir dann noch? Kann ich nochmal? Boah, der sieht ja halt nicht ausgezogen. Oh, na. Pistole. Ah, okay, verwende den rechten Stick. Ja, haben wir schon, okay. Okay, A. Zack. Okay, tritt. Noch mal. Noch mal. Noch mal. Jawoll. Fenster ist schon mal offen. Bewege dich jetzt mit Hilfe des linken Stick in Richtung Fenster. Ah, okay. Schau auf die Tür und benutze das Handsymbol. Um nicht rauszuziehen. Zack. Ah, nicht aufs Bein jetzt. Ah. Boah, da Brunner. Alter Schwede, das sind ja gut und gerne. Schau mal. 10, 15 Meter. Oh, scheiße. Boah. Und nicht ums Auto bewegen. Okay, die Waffe erstmal, oder? Ne, irgendwo Zombies sind. Bestimmt sind sie jeweils hier, oder? Ja, was ist schon? Okay, erstmal nehmen. Geht was, oder? Ah, nimm doch mit. Ah, jetzt ist es halt. Ah, jetzt ist es halt. Da war noch irgendwas. Gewehrpatrone. Kann man die nehmen vielleicht? Okay. Okay. Okay, erstmal nehmen. Okay, die hat er genommen. Das ist schon mal was. Aber die Waffe nimmt er nicht. Oh, man sieht schon düstere Stimmung. Viel Blut. Ah, ja, ich weiß. Ja, okay. Kann ja sein. So. Boah, der ist ganz schön am Humpen, aber Bein ziemlich hinüber. Okay. Der hat die Schlüssel. Der hat die Schlüssel. Wo sind die scheiß Schlüssel? Ah, das sind sie. Oh, der sieht so nicht übel aus. Oh, nein. Oh, der Idiot. Was macht der ein? Handschein ab. Jawohl. Und andere Seite. Spannend, Spannend, Spannend. Das ist wirklich dieses... Wo ist die Knarre? Nimm die Knarre einfach. Wo ist die Knarre? Nimm, 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 nimm. Nimm. Wo, 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 wo. Und warten. Waren. Scheiße. Nimm, nimm, nimm. Nur jetzt. Ja. Ja. Okay. Und. Knall. Knall ihn ab, knall ihn ab. Jawohl. Headshot. Boah. Aber knapp. Das war aber knapp. Hm, wer ist das? Geheimnis. Geheimnis-freunde Figur. Warum rennt die weg? Das war ein Mädchen. Also jetzt. Aufstehen oder wegrennen? Kann gar nichts machen. Oh, ne, ne, mit dem Nein. Oh, scheiße. Ja, beweg dich. Oh, scheiße. No. Komm von allen Seiten. Oh, wie viele suchen da. Ja, alles okay. Komm nicht voran. Steh auf. Über den Zaun. Komm, groß, weiter. Schafft das, komm. Ja. Jawohl. Und da machen wir doch mal einen Cut, glaube ich. Da gucken wir uns noch die Sequenz an. Ja, kurz. Ja, krass. Weiter geht's noch. Oh. Schießt ihr das? Schießt ihr das? Ja, Gott sei Dank für uns. Und auch die Hack. Oh, okay. Auch zum ersten Mal da von dem Auto weg. Krass. Okay, das war's für heute. Tschüss und... See you next time. Und da. Und da war's für heute. Und da war's für heute. �ipartei.